Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung und wenn du dich fragst, wie die geht, dann zeige ich dir das jetzt. Und damit das Ganze klappt, müsst ihr den GMC Cyclone von 1991 nehmen. Ist leider gerade nirgendwo zu kaufen, auch im Autohaus ist nichts drin. Rein gucken lohnt sich, denke ich mal trotzdem. Falls ihr irgendwas übersehen habt und ihr wisst, wie man den jetzt bekommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann müsst ihr hier unten nach Ekbalam, setzt euch hier einen Wegpunkt und portet euch hier hin. Ihr müsst ungefähr zur XP-Tafel fahren und dann könnt ihr hier reinfahren, wo der Zaun hier so ein bisschen offen ist und diesem Weg folgen. Und nebenbei nochmal die Bitte, ich bin gerade dabei und versuche dieses Jahr noch die 3000 Abonnenten zu knacken. Wenn du mir dabei helfen magst, wäre ich dir sehr dankbar. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Foto-Modus und fotografieren mal dieses Auto. Und damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Wenn dir das geholfen hat und gefallen hat, lass gerne ein Like da. Und wenn du mich unterstützen magst, auf dem Weg zu den 3000 Abonnenten noch dieses Jahr, dann wäre ich dir sehr dankbar. Und dafür Dankeschön im Voraus. Und ich verabschiede mich und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020